Hallo und willkommen zum Videotutorial Ablauf einer Projektprüfung. Hier ein schematischer Ablauf, damit man ja ungefähr weiß, was auf einen zukommt, wenn es dann heißt im Juni, Juli Projektprüfung oder schon mal beim Übungsprojekt hier auch der Ablauf abgebildet. So eine Projektprüfung besteht auch aus drei verschiedenen Phasen. Einmal haben wir die Vorbereitungsphase, die Durchführungsphase und die Präsentation. Die sind auch zeitlich unterschiedlich gegliedert. Für die Vorbereitungsphase sind zwei Tage vorgesehen. Die Durchführung, die dauert 120 Minuten und die Präsentation, die sollte maximal 15 Minuten nicht überschreiten. Vom Inhalt her. Hier findet praktisch die vorbereitenden Arbeiten statt. Die dann in der Durchführungsphase umgesetzt werden. Also wenn man zum Beispiel einen Flyer gestalten möchte, dann kann man sich im Vorfeld schon mal Gedanken machen, an welche Stelle kommt ein Bild hin, an welche Stelle kommt ein Text hin, wo kommt vielleicht noch so ein kleines Logo hin, wo sind die Seitenzahlen. Und hierfür macht man einfach eine Skizze und sammelt im Vorfeld Bilder dafür. Was nicht geht, dass man schon Texte digital sammelt, also Copy und Paste. Das darf nicht sein in der Prüfung, aber man kann schon handschriftliche Aufschreibungen und Ausdrucke mit reinnehmen und dann halt entsprechend abschreiben. Oder wenn man einen Brief schreiben muss, hier kann man den Brieftext schon mal vorformulieren. Man kann sich auch Notizen machen, wie der Brief dann auszusehen hat, in welcher Zeile, welche Briefbestandteile stehen. Hier muss man sich an die DIN 5008 richten. Und wenn man sich in Excel Gedanken macht über die Lösungswege, wie eine Formel aufgebaut sein kann, welche Diagrammart man verwendet, dann kann man das hier alles im Vorfeld schon machen. Wichtig zu wissen ist noch, dass es zwei Schalterstunden gibt für jeden Vorbereitungstag. Hier kann man noch mal Fragen zu den Formalien stellen, wie der Ablauf ist. Inhaltlich, da muss man schauen, man darf hier nicht zu viel Hilfe geben, die dann schon für die Durchführungsphase natürlich schon eine Lösung darstellen. Wichtig ist noch zu wissen, in der Vorbereitungsphase gibt es Arbeiten, die macht man alleine oder in der Gruppe. Also je nachdem, was da gefordert wird. Man kann zum Beispiel Recherchearbeit untereinander aufteilen, sodass nicht einer alles suchen muss oder dreimal das Gleiche gesucht wird. Und so kann man natürlich dann effektiv die Arbeiten verteilen. In der Durchführungsphase, hier werden jetzt praktisch die Dinge, die in der Vorbereitungsphase vorbereitet worden sind, die werden jetzt hier umgesetzt. Und darum muss man auch achten, dass man sich möglichst effektiv vorbereitet hat, also bestimmte Bilder schon hat, bestimmte Textformulierungen schon hat, damit es in der Durchführungsphase einfach schneller vonstatten geht. Und wichtig ist auch zu wissen, in der Durchführungsphase ist man ganz alleine. Also hier kann man nicht mehr die Gruppe fragen, wie es funktioniert. Hier sitzt jeder für sich an einem eigenen PC und setzt die entsprechenden Aufgaben um. Ja, nach der Durchführung am nächsten Tag drauf ist die Präsentation. Hier werden dann die Ergebnisse vorgestellt. Hier ist es wichtig, hier macht man das Ganze in der Gruppe. Hier muss man sich also entsprechend Gedanken machen, wie läuft diese Präsentation ab. Wer macht den Anfang, wer macht den Mittelteil oder macht man das vielleicht abwechselnd? Also hier ist es notwendig, dass man sich im Vorfeld nochmal trifft, sich entsprechend abspricht, wie der Ablauf sein wird. Und was sowieso wichtig wäre, dass man eine Gliederung hat für die Präsentation, weil dann das Prüfer-Team auch sehen kann, an welcher Stelle ist man gerade, wie lange dauert die Präsentation noch, was ist wichtig, was ist vielleicht nicht so wichtig. Ja, und aus diesen Phasen ergibt sich dann eine Projektmappe. Diese Projektmappe wird dann nach der Präsentation abgegeben und diese Projektmappe, die sollte nach Möglichkeit alleine erstellt worden sein. Man kann natürlich auch Inhalte von anderen übernehmen, aber es ist schon darauf zu achten, dass die Projektmappe eine persönliche Note enthält. Ja, in der Projektmappe selber, da sollen nun praktisch die Ergebnisse gesammelt werden, einmal die vorbereitenden Tätigkeiten, dann aus der Durchführungsphase die Ergebnisse im Anhang der Projektmappe und aus der Präsentation dann auch die Gliederung zum Beispiel oder die Präsentation, die man verwendet hat als Vorschauausdruck. Das ist ja einfach umzusetzen in PowerPoint zum Beispiel und das sammelt man in der Projektmappe. Wie die Projektmappe dann aussehen soll oder was genau inhaltlich drin sein soll, das ist dann im Prüfungsleittext, also in der Aufgabenstellung, noch einmal genau beschrieben. Ja, was wird nun genau bewertet von dieser Projektprüfung? Hier sind drei Pfeile, also die Bewertung, die läuft nur von der Durchführung aus, von der Präsentation aus und von der Projektmappe aus. Und je nachdem, entweder gibt es Teilnoten oder Punkte und das Ganze kommt dann zu einer Gesamtnote. Ja, zum Inhalt vielleicht noch von der Durchführung her, was könnte da drankommen? Es sind lauter Themen, die in Wirtschaft in der 9. und 10. Klasse behandelt werden. Also Seriendruck ist hier zu nennen, Privatbrief, Geschäftsbrief, die Formularfunktion in Word, man hat eine Excel-Aufgabe drin, man muss ein Diagramm in Excel gestalten. Es kann sein, dass man vielleicht einen Flyer machen muss oder eine Broschüre oder ein Plakat. Entweder macht man das dann mit dem Microsoft Publisher 2010, den wir hier an der Schule haben, oder mit dem kostenlosen Programm Scribus kann man es auch machen. Das sind die Dinge, die wahrscheinlich dann in der Durchführung als Aufgabenstellung ankommen. Es kommt natürlich immer jeweils auf das Prüfungsthema an. Das kann von Jahr zu Jahr unterschiedlich sein. In der Präsentation, da wäre es schön, wenn man eine PowerPoint hätte oder wenigstens eine Präsi, nur mit einem Plakat oder mit einem Schaubild aufzutauchen. Das ist dann uns ein bisschen wenig. Auch aufpassen, dass man diese Präsentationsobjekte auch verwendet. Oft hängt dann so ein Plakat irgendwie an der Tafel. Man redet dann drüber und bindet es aber nicht direkt in die Präsentation mit ein. Was man auch machen kann, vielleicht eine kleine Diashow von verschiedenen Bildern gesammelt, die aus der Vorbereitungsphase und aus der Durchführungsphase stammen, dass man die dann noch in einer Diashow ablaufen lässt. Wichtig ist noch zu wissen, für die Präsentation, da steht in der Schule ein Laptop bereit mit Beamer. Man hat das Programm Microsoft PowerPoint 2010. Wir haben zusätzlich auch einen Präsenter mit Laserpointer-Funktion, sodass man nicht am Laptop sitzen muss, sondern kann ganz normal dastehen und kann sich durch die einzelnen Folien der Präsentation klicken. Ja, das war es eigentlich schon. Jetzt für die Projektmappe und für die Leittext-Funktion, also wenn man den Leittext bekommt, wie es dann im Einzelnen weitergeht. Hier gibt es noch zwei weitere Videos. Einmal die technischen Inhalte für die Projektmappe und einmal, wie wäre, wie sähe eine mögliche Vorgehensweise aus, wenn man sich das erste Mal mit einem Leittext konfrontiert sieht.